Wortfindungsschwierigkeiten 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 Habt ihr den Dings schon gefragt, ob die heute... Wortfindungsschwierigkeiten 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 Also wir sind ja letztens bei Andi gewesen, er so, ey geiler Trink hier, pass auf, Mistermatt, ist so mit, wo man so, macht man Feuer, ist auch so ne Dingsbohne drin hier, kann man so, ne ist aber nicht immer, also kann man auch mit Tomatensaft trinken, wie heißt das noch? Wortfindungsschwierigkeiten Scheiße Wortfindungsschwierigkeiten 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 Ey, weißt du noch, wo Dings so ein Ding gebaut hat? Hier, pass auf, ähm, er hat so mehrere Dinger genommen hier, da hat es so reingeschraubt Und dann war das so ein, auf einmal, wir so, ey, was geht denn jetzt ab, ey, er hat so, pass auf, hat er so Maschinen, das ging so mit nem Schleudereffekt, das war so ein, wie hieß er? Ah, Mann! Wortfindungsschwierigkeiten Und jetzt alle! Wortfindungsschwierigkeiten 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 Wortfindungsschwierigkeiten